Liebe schnelle Läufer von Jede Oma zählt, ich lade euch hiermit herzlich ein zum 10. Jubiläum von Help Age am 9. Oktober. Feiert mit uns und kommt zur Geburtstagsgala in die Osnabrückhalle. Ich freue mich schon jetzt auf einen gemeinsamen Auftritt von den Comedian-Harmonists und von den tollen Sängern und Tänzern von Mutsuluart. Die werden begleitet von einem Streichquartett der Wiener Symphoniker. Also ganz, ganz herzlich nochmal. Schnelle Beine und toi toi toi. Wir sehen uns. Um 19 Uhr fängt's an. Tschüss. Viel Glück.